Wie oft schießt denn der? Spür meine Faust in deinem Gesicht! Nochmal, ach Jungs! Ach, da ist er ja! Freunde, es geht weiter! Und es scheint so, dass wir bald den Weg zu Reflux und André gefunden haben. Ich hoffe es natürlich. Das war's! Ja, ist doch so! Ich werde dann da hier hoch! Haha, ohne dass die blaue Dose ausgeht! Super! Ohne dass wir die Anzüge verloren haben! Das nenne ich mal! Hohe Kunst! Ich werde da hoch mit der Pulsedikour. Wie lange... Ein Busser, ein Busser, ein Busser. Muss ich laufen? Ach, da ist er! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Okay, 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 ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Ach du Scheiße, das kann auch... Habt ihr das auch grad gesehen, dass da... Ich sag mal Lava kommt oder dieses... Blub... Alter! Nicht, nicht, Mann! Das ist doch nicht cool! Warum nimmst du dir nicht die Dose, Junge? Haha, ist ja geil! Ey, lass uns nie die ganzen Dosen schweben! Haha, Hammer! Haha, Hammer! H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah! Kein Bock, danke! Echt nicht! Ach, ey! Wir scheinen es aber gleich geschafft zu haben. Hier ist ne blaue Dose. Verdammt! Wir müssen an die blaue Dose, Freunde. Gut doch. Also ich decke, dass wir ran müssen, weil... Ach, da ist einer! Wisst ihr? Nummer 2! Hahaha! Das macht Fun! Das macht Fun! Das macht Laune! Der will doch mal... Der hat doch nichts. Nein, verdammt! Das ist aber nicht die gleiche Strecke, oder? Hm... Oh, das war knapp! Das ist ein... Elite-Root-Bloom, hat aber nur immer ein Schuss! Ist euch das... Euch mal aufgefallen? Das macht Fun! Wie ich ihn ausgetrickst habe! Haha! War alles geplant! Ich höre Hilfe! Ja! Scheiße! Nummer 3! Ich muss so weit ins Bett! Los, gib mir deinen Diamanten! Ach, ne! Oh! Oh! Jetzt mal ganz ehrlich! Hä? Was war das denn? Ja! Oh! Fail! Ich mach mal hier hoch! Ach, das ist schon besser! Na klar! Wieso auch nicht? Hat man irgendwie lange Weile mich zu nerven hier mit diesem Scheiß... Brause-Zeug? Ich hab auf jeden Fall wieder so ein kleines Feet gesehen, was wir so befreien können, während diese... dieser Vorspann kam... Nicht cool, man! Haha! Bitch! Los, 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 los! Danke! So lebt von dir! Kommen die Ballons eigentlich wieder? Oh! Shit! Shit! Man sieht nicht genau, wo man gerade ist! Das ist... ein bisschen ärgerlich! Oh, das schafft man aber ganz gut eigentlich! Wenn ich sehe, wieviel Zeit wir noch haben... Wir haben's geschafft! Nummer 5! Ich muss los! Ich hab' ihn begeistert! Ich hab' ihn begeistert! Ja, ich hab' ihn begeistert! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja... Ah ja, die sind auch Freunde fürs Leben. Zum Beschleunigen drücke die Spring-Taste oder die Schieß-Taste. Hey, meine Lebensanzeige! Alter, wie verwirrt. Yeah, haha, das ist ja mal geil. Tadadadadadadadadadadadada Reds Diedern als Jenser.. ...Jana auf 8 Uhr. Ich wiederhole Wenn Jena auf 8 Uhr! Aua, aua… Nein, 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 nein… nicht gut. Tadadadadadada Nicht schlecht! Aua! Sieh dir die Zahnräder an! Unglaublich! André spielt schon mit Baukästen. Ein bisschen Frühlein verkleidet. Mann, hat André eine große Wohnung! Da kann man sicher coole Partys feiern. André, hörst du mich? Deine Bude ist echt klasse. Gleich fehlen ein paar Fenster. Mein Schatz, alle sagen, dass du diesen Petrus beschwören willst. Das ist doch nicht wahr, oder? André, mein Sohn, ich weiß, es macht dir Spaß, aber du musst aufhören, schwächer und weh zu tun. Andys Wande kommt zurück. Yippie! Oh, Globox, Mann, bist du wirklich so doof? Oh, shit, 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 ist doch nicht so leicht, wie ich dachte. Ja, das ist gut. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, das läuft doch ein Wiedermaßen. Oh, kaum sage ich das, fange ich wieder an, Scheiße zu bauen. Kickt euch das an. Kann man hier irgendwo Leben auftanken? Boah. Hey, André, komm, spiel mit uns. Das wird dir gefallen. Scheiße, wir sind gleich weg, die sterben gleich das erste Mal. Bitte lass uns das jetzt nochmal nach der Fähigkeit zeigen. Alter. André, mein Baby, ich weiß, dass du mich verstehst. Hör auf mit dem Unsinn und schließ dich den Guten an. Das wird leider nicht passieren, Globox. Raymond, ich glaube, dass du den Milzer-Kleinerer gefunden hast. Oh, weia. Was mich wirklich wundert, ist, wie gut es hier riecht. Aua. Naja, wir schon. Oioioi. Das war ganz schön knapp. Andre! Aua. Wir sind da! Haben wir es geschafft. Dann müssen wir lang. Wir hoch. Oh. Ja. Oh, dann haben wir es doch gerade so geschafft. Hat alles doch ein bisschen... Oh, 82%. Ich darf euch wieder freuen, freuen. Und nach 19.446 Punkte bis zum nächsten Bonus-Level. Oh, oh. Leute, ich glaube, es ist soweit. Pauli, Flux, bist du groß und stark? Ja, Erdi! Mit der Energie deines Zepters kann ich mich unbegrenzt vermehren. Ja, Erdi. Ja, Erdi. Ja, Erdi. Willst du noch was anderes sein, hm? Fein, Erdi. Oh, oh, oh. Reflux scheint gewachsen zu... äh, Reflux scheint gewachsen zu sein. Das hört sich überhaupt nicht gut an, Leute. Wir werden es aber irgendwie packen. Wir werden es packen. Ja.